NINTENDO! Wie geil! 1992, wie alt ist das scheiß? Spiel, ey. Hast du als ich? Immer noch Kult, Alter. 2-player, wir spielen Mario Kart GP. Alter, wir müssen erst mal... Wir müssen erst mal... Wir müssen erst mal 100%... 150 Kubik-Freisheit. Ich bin immer Mario. Geben wir überhaupt Gas, Alter? Ich nehme... Bowser. Bowser? Du musst noch mal drücken. Ich nehme den Firefox-Browser. Mushroom-Cup-Race, oder was war das? Ich hoffe, das funktioniert auch alles, aber... Wie geht das denn nun mal? Auf A, Gas geben. Oh Gott, ey. Oh mein Gott. Wie springt man denn, Alter? Ich denke mal. Ja, mit dem Steuerkreuz. Das geht nicht. Oh mein Gott. Alter, der Bildschirm ist viel zu groß für das Spiel, ey. Ich seh nichts. Du musst dich voll konzentrieren, ey. Ich schmeiß mal die Banane an. B. Oh, was war das denn, Alter? Das war ja voll... Hallo? Ach, das ist spiellos, Alter. Du musst dich hinten auf rechts und links zurücksetzen. Oh mein Gott. Alter, ich bin schon überrundet hier. Ich spiel leckvoll, Alter. Ich kann hier nichts erkennen. Uff. Wie machst du denn hier? Ähm... W. Okay, ich hab gerade Panzer abgeschickt. Und streff mich auch noch selber, damit ich nicht gewusst ist. Oh, ich hab meine Münzen verloren. Scheiß auf deine Münzen, Alter. Schieß dich nicht ab, wenn ich von hinten komme, ey. Wo kann man die Münzen sagen? Alter, ich bin Siegter, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Alter, Computer zieht uns voll ab, ey. Was ist das denn? Ich glaube, ich bin schon erstmal rein. Das haben wir schon. Mindestens 23 Jahre nicht gespielt. Hahaha. Alter. Oh, ich hab's jetzt. Okay. Das heißt, ich hab schneller fahren. Ich seh dich, Junge. Verdammt, aber du... Scheiß, ich bin im Ziel, Alter. Echt jetzt? Naja, aber siebter. Dann hast du mich ja auch überrundet. Naja, nicht ganz. Hab ich's nicht geschafft. War gerade aus, Alter. Durchs Gieß. Um Gottes Willen, ey. Ja, ich glaube, ich hab jetzt hier die Punkte abgeräumt. Oh, 8 Punkte. Alter. RANKED OUT. Oh, ich auch. Ich auch. Wir müssen... Einer muss mindestens mal in die Top 4 kommen. Ich glaub, das war ganz, ganz knapp. Durch mal, RETRI. 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 RETRI, Mann. RETRI, Mann. Nichts RETRI. 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 Gas geben. Du musst ein bisschen mehr Gefühl lenken, Alter. Das ist nicht wie bei... bei einem modernen Spiel, Alter. Du musst mal drücken und dann wieder loslassen. Das ist die Geheimformel für das Spiel. RETRI. 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 Ich hab den ersten Platz da verschenkt. Ranked out, ich glaub wenn man ranked out ist, ist man viel besser als der erste. Nice, ja. Weil man halt so gut aus der Werbung kommen wird. Ja, dann wird man, das sticht so hervor. Das ist viel viel besser eigentlich. Aha. Okay, fahren wir noch den Trend zu Ende. Oh, ich glaub hier, Alter, hier überrunden wir nicht zehnmal. Na, so viele Runden gibt's glaube ich gar nicht. Der kommt ja nicht mal vom Fleck hier, mein Gott. Der ist halt fett, Alter. Der Panzer ist wirklich... Ich glaub der Panzer ist wirklich viel zu schwierig. Ja, aber der Bowser, der hat eine gute Höchstgeschwindigkeit und ein gutes Gewicht und so. Dann bin ich daneben gesprungen. Schlecht. Sorry Leute, also bei dem Spiel sag ich jetzt was. Das ist die Rache, Alter, für deine Schiedsstation, Alter. Immer wenn du die Schieds-Belotstier. Schieds-Belotstier. Ach. Was kommt da eben? Alter, der Donkey Kong, das ist der Banano oder was ist das? Geht mal gar nicht. Geht sich gar nix an, Alter. Oh Gott, das ist ja... Joschka Fischer, Alter, ist ausgerutscht. Von mir der Zeit... Nee, das ist ja... Nein! Ich wollte die Feder benutzen, damit ich da rüberspringen kann, Alter. Was ist die Feder? Ja, ich hab so ne Feder. Dann kann ich da abkürzen. Jetzt bin ich siebte, Alter. Wie entbärmlich ist das denn bitte? Nein, nein, nein. Oh Gott, Alter. Meine Ahnung, das bringt mir super viel auf dem letzten Platz. Alter, früher auf dem... Früher auf dem Super Nintendo, Alter, da hab ich immer keine Ahnung was für Tricks gemacht, ey, und bin durch die Gegend gerutscht und sonst was. Aber hier, Alter, das ist alles so scheiße schwer. Ich bin siebter, ja. Okay, jetzt werde ich driften. Drift. Oh nein! Ja, das wird so driften, bei der. Scheiß Karte. Ich bin sechster, ich hab's auch nicht geschafft. Das heißt, das gibt eine neue Chance für dich. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Dreckig, Alter. Kannst du nicht direkt GIF abmachen oder sowas? Ich weiß nicht. Alter, guck mal wie dein Ding sich schon anhört. Wie ein Traktor, Alter. Warum rutscht der immer so wie? Ich weiß es nicht. Ich sag doch. Benutz mal gleich, ich sag dir, wann du ein Pilz benutzen kannst. Jetzt! Da, um drüber zu springen. Jetzt! Da brauchst du die Feder, Junge. Da hab ich die grad versucht. Ja, egal. Jetzt geht vorbei. Wie vieler bist du? Oh, jetzt müssen wir nochmal fangen. Ja, hab ich ja gesagt. Oh, du bist so schlecht, Alter. Du meinst, ich schaff das jetzt noch ins Ziel? Ja, gerade so. Halt den Betrieb doch nicht auf, Junge, Alter. Du hast nur Leben, Alter. Ja, nee. Zwei hab ich doch. Oder? Eins nur noch. Dafür sind glaub ich die Münzen, Alter. Wenn du nach 100 gesammelt hast, kriegst du wieder ein Leben. Okay. Bin ich mir aber sicher. 100? Ja, jetzt hab ich auch einen Tuchler bereit. Der hat einfach zu viel Leistung in dem Auto. Das kenn ich leider, ja. Das kenn ich von meinem Auto. Bei so einem Spiel ist das natürlich... Oh, oh, oh. Guck, guck, guck. Jetzt benutze ich die Spieler, guck. Hast du das gesehen? Also kann man mit dem Pilz gar nicht darüber raus. Nee, nee. Der brauchst eine Feder. Pilz kannst du nur, zeig ich dir jetzt. So. Guck mal jetzt hier bei mir auf dem Bildschirm. Was soll ich denn meine Liebe verbrauchen? Jetzt, jetzt guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Oh, fuck. Ich schweine. Ich schweine. Ich finde eine Feder. Nein. Witz ist. Nein, er benutzt die doch da. Ja. Ach, der ist voll wieder einangeres Problem. Da musst du jetzt hochbringen. Genau in der Mitte. Muss aber genau passen. Whoa. Ja, jetzt muss er so gucken, dass du ihn wieder runterfrei Est. Oh fuck, Alter. Ach, wie dreckig, Alter. Das Spiel ist echt dreckig, Alter. Wieso ist das Spiel so scheiße schwer? Also ich finde die Grafik ist jetzt... Die Grafik ist Granate, aber irgendwie... Jetzt hast du mich ja fast runtergekickt oder was? Ich hab dich geboxt. Irgendwie muss doch Vierter werden, sonst ist es vorbei jetzt mit deinem... Ich glaube, das Spiel ist nicht so eins. Ich glaube auch. Du hast einen Stern. Also wenn ich jetzt, wenn du jetzt... Ja toll, ich bin siebter. Ach du scheiße. Ich glaube mit den Xbox-Kontrollen... 60, 360-Kontrollern ist das ein bisschen blöd zum Spiel. Oh Gott, ich hab noch von daneben gespielt. Okay. Ach du musst noch eine Runde, ich geh kaputt, Alter. Ich geh kaputt, Alter. Ich beeile mich auch. Komm, mach Stern, Alter. Ich beeile mich eigentlich schon die ganze Zeit, aber... Komm, kürzt gleich ab, Alter. Guck mal wie du fährst das da, das ist kein Ping-Pong. Nee. Entweder... Entweder der fährt gar nicht erst los. Guck mal wie langsam wird es schon. Oder er hört gar nicht auf. Warte, 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 ich spring da rüber da. Alter, Alter, Alter. Das war wohl nichts. Ach... Komm, spring jetzt! Oh, er hätte noch springen können. Ich hab's eingesetzt, aber es ging nicht. Ach komm, erzähl doch keinen. Egal, Game Over. Da jetzt Game Over für dich ist, ist es auch Game Over für das Spiel. Okay, das ist... Wir hören jetzt auf. Also... Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. 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 часть1 Untertitelung des ZDF, 2020